Bitte, bitte nicht! Oh, Schlag! Ja, 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 ja! Yo! Willkommen zur Multiball Tor-zu-Tor-Challenge! Frohes neues Jahr an der Stelle! Ihr wisst, der erste Erste! Wir ziehen direkt durch mit geilem Content für euch! Hoffentlich seid ihr nicht ausgerutscht ins neue Jahr! Heute wird's episch, wir haben das Glücksrad! Jedes Tor-zu-Tor-eins-eins-Match wird einzigartig! Wird nämlich ausgelost! Jeder von uns dreht gleich ein Handicap und den Spielball! Das heißt, gleich werden interessante Paarungen kommen! Interessante Paarungen? Ja, wir legen direkt los! Lass ein Like da für mehr Fußball-Challenges dieses Jahr! Oh, yes! No Electro! No Electro! Barfuß! Jetzt habe ich mir gerade hier die neuen schönen Mbappé-Schuhe angeworfen und kann mich direkt hier ausziehen! Ich habe im neuen Jahr direkt was für dich! Oh! Der rettet sein Ding! Ach, kam Land mit! Ich habe mir selbst ein Ei gelegt! Auf einem Feld steht auch nichts! Any X! Das kriege ich jetzt! Wir starten das Jahr direkt mit bisschen Promille! Todesunfair! Okay! Das ist unawarbar unfair! Weißt du, wie ungewohnt das ist, barfuß zu spielen! Jetzt wird mal der Ball ausgelost! Komm schon, komm schon, komm schon! Uuuuh! Uuuuh! Der Curveball! Der würde ich nicht sehen! Hamadakoyomiyarak! Schon dein Ball? Ja, ich habe meinen Ball schon! Also hier! Wir starten rein ins erste Match! Drei Kontakte, da hat man Zeit, um zu schießen! Und es geht auch bis drei! Ihr wisst, der Curveball, der ist so schon schwer zu schießen! Alkoholbrille, ich werde nichts sehen! Alter! 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 Der weiß der gar nicht! Sondern du weißt nicht! Oh! Der war ganz schön sein Feld! Deine Füße sind wirklich Eis! Ich kann nicht so lang spielen! Ganz kurz, das ist Lüge! Ich habe auch keine Schuhe an, es ist nicht so kalt! Ja, aber du hast Socken an! Nope! Ah! Ey! Nein! Ey, der Schicke! Stark! Ja, der Raustor! Oh! War der? Ja! Ich spüre meine Zehen nicht mehr. Ich muss mich ranhalten. Ich muss jetzt schnell drei Tore schießen. Das ist die Taktik. Damit ich meine Schuhe anziehen kann. Jawoll! Nummer eins! Ah! Er hat noch einen! Das war die Taktik! Das ist der Curveball! Oh! Das ist reingedreht! Aber nicht! Ich dachte, der geht daneben. Der hat sich im letzten Moment reingedreht. Das Curveball! Oh! Schlag! Ja! Boah! Du kennst diese Position! Hey! Hey! Ich geh weg! Oh! Oh! Nope! Nein! Oh! Oh! Mach rechts! Mach rechts! Da! Oh! ins nächste epische Match, Tor zu Tor. Boah, Alter, die Welt sieht ganz anders aus. Don't drink and drive. Bei 50.000 Likes. 50.000 Likes. Also echt nicht viel. Machen wir ein Tor-zu-Tor-Turnier hier mit der ganzen Mannschaft. Dicke fette Turnier. Dicke fette Turnier. Also liken wir. Im neuen Jahr sind wir genauso liker wie im alten Jahr. Das würde episch werden. Aber nur wenn ihr auch macht, ne? Dann machen wir auch. Ich werde belohnt. Der YouTube-Gott hat doch noch ein bisschen Warmherzigkeit. Komm, komm, was gut ist, was gut ist, was gut ist. Oh mein Gott. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, das Ding. Flusser. Schöne Grüße gehen raus an Fischer. Ihr wisst, der Fisch, blau, tief und so. Und du bist jetzt der Holzfisch. Der Holzfisch. Dreiecksball. Das wird geil. Dreiecksball. Dreiecksball mit Flossen. Für mich wird normal. Du brauchst schon die neuen Mbappé-Schuhe, wenn man Flossen haben kann. Ich finde das so geil, dass er mit seinen niegelnagelneuen Schuhen hierherkommt und jetzt zweimal mit was anderes spielen muss. So sehen echte Top-G's auf. Das wird der neue Drip im Jahr 2023. Wenn ich das verliere. Oh, ich höre YouTube auf. Hier, ich geb dir den Ball zum Anschluss. Sehr nett, dankeschön. Wenn ihr euch gleich wundert, warum ich so laufe, so läuft es sich besser in Flossen. Das sieht so lustig aus. Ich kann dir gar nicht ernst nehmen. Wie? 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 Ah, ich bin so schwer. Hier! Ich hab dich unterschätzt, korrekt mal! Okay, jetzt müsst ihr ein bisschen ernster machen, auch wenn ihr mir echt leidtut und ich bin mega lustig mit den Flossen. Habt ihr mal sowas gesehen? Wow! 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 Oh, der war schlossig kaputt! Fick, egal! Der passt auf! Oh, ja! Ich muss nur einen Baller haben! Nein! Die Flossen halt, die Flossen! Ich weiß nicht, wie der Fischer das immer macht mit seinen Flossen, aber der Holz ist dafür nicht gemacht. Ich hab ja sogar noch die Oktopus-Power, das ist ja das Trikot von Bratte. Flosse und Oktopus, jetzt in einen! Guck jetzt, wie ich den Halt hab! Es reicht! Es reicht! Es reicht! Oh, oh, oh! Er sagt, guck wie ich den Halt hab! Guck jetzt, wie ich den Halt hab! Guck jetzt, wie ich den Halt hab! Oh! Oh! Schadenweil! Der hat die Hand! Was? Die bricht ein bisschen auf seine Hand, aber mal her! Ah! Das war wohl gegen die Wand getreten! Oh! Wäsche, wir wissen! Oh! 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 Sorry, Holzi, du hast dich super geschlagen! Das war das geilste Tor-Tor-Match, was ich je hatte! Für mich war das anstrengendste, ey! Dritte und letzte Match für heute. Ein paar Handicaps sind noch da. Die Alten sind gestrichen. Bitte, bitte nicht, Elektro. Das wird eine schockierende elektronische Challenge. So, jetzt geht es noch um mein Handicap. Das heißt, mir werden die Hände verbunden, gebunden. Eine interessante Paarung, wie ich finde. Komm, machen wir den Ball auch noch direkt. Hoi, Häpfer. Tennisball. Okay, dann machen wir es so. Die Geschichte wurde geschrieben. Ich habe gar keinen Bock. Hier ist der Schocker. Man kennt ihn, man liebt ihn. Und hiermit binde ich jetzt die Hände zusammen. Zehn Jahre Knast oder nie wieder wieder weg. Ah, der tötet mich. Ah, der tötet mich. Digga, meine schönen Armhaare. Diese Armhaare habe ich jahrelang gespart. Leer. So wäre das, wenn die Polizei mich gefangen hätte. Ich würde so machen. Mie, mie. Ich habe so keinen Bock auf dieses Spiel. Bitte lass dein Like da, Alter. Weil Like, Freude für mich. Du musst mir nur sagen, welcher Knopf wo ist. Ich kann es dir nicht sehen. Du musst ihn ja drücken. Du musst ihn ja auch noch drücken, ja. Ist jetzt, wo ist das Ding? Funktioniert, ja? Sollen wir das einfach mal testen, dass die Leute sehen? Dass die Leute sehen. Sprech das, ja? Dass die Leute sehen. Ey Leute, hör auf, man. Hier sind Kinder, Alter. Ich will dich jetzt nicht beleidigen, Mann. Es funktioniert auch in jedem Fall. Setzt sich viel. Drei Kontakte, ne? Einmal darf ich dann schocken. Oder pro Kontakt, Alter. Ich sprech das, ja? Wer ist das schlecht? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich mache das nicht, Erwin. Ich bin nicht parteiisch. Ich gebe dir einen Pfiffi und eine Pfiffi. Ja, geht's doch, geht's doch. Ich habe so Angst und auch, Digga. Ich weiß, was los ist, auf welchen Shot. Es tut auch so halt weh, Alter. Jetzt kommt er. Komm mal jetzt. Darf ich mir das so kassieren? Komm mal jetzt. Komm mal jetzt. Komm mal, noch krieg. Komm mal. Komm mal, noch krieg. Komm mal. Bang. Ah, 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 ah. No. Noch kein Tor, Alter. Du brauchst ein Tor. Ich muss durch das Schwert. Meine Taktik, Leute. Möglichst viel halten, keine Tore machen und Lukas lange quälen. Der ist überkass geflogen. Oder ich bin einfach nur blind. Jetzt hat er seinen Schock verbraucht. Nein! Starker Chip. Ah, ja, ja, ja! Zu früh gedrückt, oder? Ah! Oh, das ist geil! Ich glaube, es ist zuvor. Ah! Ah! Ja! Ich bin different! Ah! 2-1. Jetzt habe ich keine Tore mehr gemacht. Ich glaube, diese ganzen Elektroschocks sind irgendwie in mein Gehirn gewandert. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich hätte mit jedem Körperteil, das ich habe... Ah! Das ist so ein Mixer. Das ist so ein Ekel, Digga. Was sagen wollt ihr mit dem Körperteil, das ich habe? Wenn ich den halten kann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, GG, ne? Ey, ich bin gesprungen. Ey, diese Bälle kamen perfekt von dir, muss man sagen, Alter. Irgendwie ohne Arme spiele ich besser, glaube ich. Ich schwöre es dir, das ist es, Alter. Das spiele ich besser. Wir sind immer in der Kreisliga. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt hier direkt ins neue Jahr. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch sagen. Das freut mich wirklich überhaupt nicht. Fand ich wirklich super. Schaut weiter unsere Videos. Hey! Hau rein Leute, ciao! Guckt ihr das dann? Eingebrannt. Eingebrannt. Alles für euch.